Liebe Eltern, Geschwister und Hochzeitsgäste, es ist mir eine große Ehre, euch alle an diesem besonderen Tag hier am Rissersee begrüßen zu dürfen. Zwei Menschen, die sich die Treue versprechen. Ohne eure Liebe wären wir heute nicht hier. Und deshalb ist es uns eine große Freude, euch in diesem neuen Lebensabschnitt begleiten zu dürfen. Ich nehme dich als meine beste Freundin, meine treue Partnerin, meine große Liebe. Ich kann dir versprechen, dass ich dein Beschützer sein werde, dein Beistand, dein Berater, dein Freund, deine Familie, dein Alles. Ich liebe dich, mein Lieber Gott. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020